Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Teil. Wir spielen Tarnverrichtung. Ja, Tarnverrichtung, das erkläre ich gleich. Wir nehmen den Wachtblitz, bauen die Nassen aus, unsere Knarren, unseren kleinen Spielball. Ja, hier steht eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Lehrgelehrter, Informationen, Friedlichen, Spezies, Kultur, Tarnverrichtung, Entdeckt, Arala, Finde heraus, Gefahr, Zerstören. Im Klartext heißt das, wir müssen die Tarnverrichtung finden und zerstören. Da kommen wir auch schon an. Wir landen erst einmal im natürlichen untersten Teil, weil ansonsten würde es ja keinen Spaß machen, statt einfach direkt da oben zu landen. Wir besehen die Tarnverrichtung. Ui, toll, wie groß. Und wir gehen los. Wir treffen auch in dieser Mission auf einen für diese Mission einzigartigen Gegnertypen. Das sind die Nogri. Ja, mit einer zwei Schwert dann. Diese Nogri haben aber nichts anderes drauf, als diese Sturmtruppen und die Söldner sterben daher auch für die Fliegen. So, du bist tot. Du bist auch tot. Wir sehen uns nochmal kurz hier in den Augen. So, Vor- und Hüffel-Paket brauchen wir nicht. Und wir gehen den Lift hoch. So, hier ist cool, hier ist Wasser. Hier können wir nämlich alle Feinde ertränken. Die zappeln dann im Wasser noch ein bisschen so, aber sterben dann, weil die irgendwie alle nicht schwimmen können. Und wir wollen daher einer nach dem anderen ab ins Wasser achten. So, hier sehen wir uns dann auch, dass die, äh, also sterben, die bewegen sich nicht. Die Nogri da hinten sind schon tot. Und, äh, selbst wenn sie nicht sterben wurden, würde es für mich kein Problem darstellen, weil sie uns den Weg weg. Aber wir wollen ja nicht alle ins Wasser schmeißen, so seidest du, sind wir nicht. Deshalb lassen wir gerne noch einige, die unsere Leuchtsstoffe rumspüren können. Der tut da hinten, der wird mal weg und blitzt. Das heißt, da waren wir noch nicht der coole Machtplitz, den ich haben will. Du bist tot, ich bin auch tot. Und du da hinten, ne? Und du brauchst es nicht zu versuchen, gegen mich zu kämpfen, weil Schnee stärker ist du. Und selbst mit einem Schneefeuerwehr hast du keine Chance gegen mich. Runter. Wir müssen einen kleinen Schalter aktivieren. Ja, komm her. Du weg. Du weg. Und der Schneefeuerkubi wird ebenfalls eliminiert. Commander, sie bei der Hübe. Und der Schildespot ist auch tot. Und die Hübe ist auch bei der Hübe. So, wir gehen weiter. Aktivieren diesen Hübe hier. Jetzt sehen wir, dass der Ventilator hier ausgeht. Oder was auch immer das Ding ist. Und hoch. So, wir rufen den Lift. Nebenbei sei gesagt, ich probiere gerade die letzten Einstellungen zu Dead Space und Doom 3. Meine Walkthroughs und auch Call of Duty World at War. Und mein Guild Wars Walkthrough wird dann auch bald beginnen. Also es gibt noch lange nicht Gnigi, wie es von mir ist von mir. Ja, zwei Sif-Typies. Einer fliegt in den Redaktor und der andere fliegt in den. Dann nicht. Dann kommst du halt her. Und ich mach ihn sofort. Spüre meine Leuchtstoffröhren. Ja, ich meine Notbring sind auch die Sturmtropen. Ja, fang. Riff. 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 Da ist nichts mehr. Dann gehen wir hier lang. Kämpfen gegen die beiden Zivkrieger. Ja. Keine Herausforderung. Rot. Rot. Ja. Noch ein... Oh. Zwei Exifkrieger. Ne. Mehr. Ich liebe es einfach wie die Sterben. Und... Oh, doch geschwitzt. Komm her. Ja, komm. Geh weg. Ja, los. Ja, vielleicht beschäftigen wir uns jetzt noch kurz. Rot. So. So. Okay, schön. Dann mecken wir hier. Der war mir im Weg. So, wieder so eine Zentrale-Fugel. Was das Ding ein bisschen Auer macht. Anerdeck. Noch mehr Sturm-Drücke. Mir spürt ein grünes Lichtschmerz. Auch du, Mr. Schleffe. Ja. Und auch ein Pilot ist übriggegeben. Nein, du bist auch gestitten worden. Und wenn du denkst, dass du gegen dich aktivierst, dann hast du dich nicht in die Welt. So, sorry. Ich hab gerade, ähm... Aus Versehen die Kamera ausgedrückt. Macht aber nix. Ich ziehe weiter an den Kopf. Hm. Merken wir? Ja. Ja. Was ist der da? Da hab ich runtergeschrieben. Aber dabei bist du selbst geerträgt. Oh. So ein Drücke. Ich bin wirklich geledet. Ab mit dir ins Quasar. No Red Hood. No Red Hood. No Red Hood. Jetzt gesehen, wenn ich die Schwert gehe, geht automatisch zum nächsten Typ. Oh, da sieht alles okay. Aber das ist ja der Brenner mehr. Dann gehen wir jetzt nach oben in die Treppe hoch und ein Gefährdisch hat doch das Schwert Tippi. Will uns doch glatt an die Wäsche. Na noch mehr. Und das ist ja der Typ auch und du bist tot. Welch tragisches Schicksal. So, komm her. Du bist auch tot. Und da ist noch so ein anderer Typie ohne Lichtschir. Ich kann ja mal sagen, was diese Typis einzeln machen. Diese einzelnen Farben. Also der Grüne, der, 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 der Trimst, der ist, der macht diese Macht. Der Rote, der macht diese, diesen Machtentzug, wo dann dieses rote Pulverzeug rauskommt. Und der Blaue macht den Macht, plötzlich. Hm, ja, ach, los. Mehr. Mist, da zwei Schwert da. Na, dann verfahren wir mit dir wie bei dem Doppelschwert. Nee, willst nicht. Mehr. Au, 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 au. Collectiver Rückzug, würde ich sagen. Hm, 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 hm. Du kommend. Wie, du? Gute Frage. Oh, da bist du wieder. Komm her. Diesmal schaffe ich es. Ich war es auch noch. Mir. Ich bin so super. Wir laden nochmal die Panzerung auf von 0 auf 100 in gefühlten 7 Sekunden. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Ab nach oben und zur letzten Etage. Etage. Ja, 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 ja. Bäm, zwei Sift-Typies. Ja, von hinten wieder halt. Hier ziehe ich die Beine weg. Zack. Ja, hier sterben alle. Und ab auf die Spitze. Und hier kommt der finale Kampf gegen... ...noch eine böse Lichtschwert-Typies. Ja, ja, schützt mich nicht. Du musst viel mehr sterben. Na, du hast dir gar keine Lust, dann liegst du ins Lärz. Und der Doppelschwert-Typies bleibt noch ein Leben. Hm, was mache ich mit dir? Du kommst ins Wasser. Ja, du bist tot. Du bist tot. Na, das macht einer. Ich weiß das. Und... Ja, du bist tot. So. Bombe 1. Bombe 2. Nee. Ähm, Bombe 3. Und... ...Bombe 4. Und die Mission ist geschafft. Und... Cool, wie dieses Teil da gerade auch in der Luft zersprungen ist, ne? Ja, Mission erledigt. Ja. Weiter geht's dann im nächsten Part. Und ich würde dann einfach mal sagen, bis... Ja, dennne. Ja, denn...